So, der Lask empfängt den WRC. Das erste Spiel für den WRC. Für den Lask, der hat schon ein paar Spiele hinter sich. In der ersten Liga. In der ersten Liga. Das muss ich mich... Ja, das war ein Mannfehler. Entschuldige, wenn ich dich nicht immer ausbesse, aber... Naja, muss ich, muss ich mal angucken. Boah, der Schneegrößen. Bist du deppelt. Oh, gutes Zeckling. Guter Eckball. Ja, Tabellen verdammt. Lask auf der 5, wer hat sie noch auf der 9? Weil noch nicht gespielt. Genau. Alter. Okay. Wenn ihr euch wundert, wie das gehen kann, wenn sie auf der 19. noch nicht gespielt haben. Die unentschieden werden ja gezählt gegen die eigenen Mannschaften. Und da schon einige gespielt haben und schlechte gespielt haben von der Differenz her, dann wahrscheinlich auch und und und. Wenn wir euch noch nicht so viele Unentschieden gehabt haben. Oh. Alter, hast du denn echt jetzt direkt probiert? Ja, entschuldige, wenn ich dich da immer ausbessere, aber wenn dir das auf die Nerven geht, dann sagst, das soll jetzt nicht irgendwie besserwisserisch... Boah. Boah. Soll es nicht irgendwie besserwisserisch sein oder so? Nur, dass wir eben jetzt wirklich nicht durcheinander kommen dann mit, ich meine, jetzt ist es noch wurscht, die erste, zweite Liga mit den Mannschaften, aber es wird irgendwann nicht mehr so sein. Wunderschön. Der Rieder. Eine wirklich gute Verstärkung, der dritte Treffer des Mittelfeld. Eine riesige Chance. Da genehmigt sich der Trainer gleich einmal etwas zum Kiefern. Sicher. Trainer ist ein Snickers. Snickers-nach wollte ich sagen. Ein Snickers-nach. Ein Snickers. Was ist das, bist du zu tiefer? Ein Snickers-nach. Ja, weißt du, warum? Weil ich als KitKat wollte aber Snickers sagen und dann diese Mischung Snickers-nach. Läuft. Genau, Spöhm zum Rizzi. Der Pämper dem Scheine. Oh. Ja. Oh. Das war nicht gut so Rizzi. Und Goy ging aus. Das war kein guter Start jetzt. Das war kein guter Start jetzt. Das war kein... Aber da war kein опыт. Bist du Treffer. was bist du so weit draußen, Alter? Vierter Treffer der Rieder. Bist du behindert, Alter? so was mit dich erschießt bänder im kommunismus wirklich wahnsinn weil da was war das soll der goalie ja das waren jetzt zwei harte schnitzer zwei harte schnickschnacks ja ist man nicht gewöhnt leider dass dieses auftreten vom wc eigentlich dreht er mein skratz hast du ja recht bitte? dreht er mein skratz genau na immer ist der goalie nicht draussen was heute geht doch scheißen nein nein du bist doch ey ja die mystische stimme ist auch wieder da das höre ich am hustler alter alter jetzt kann es durchgehen bist du behindert eurer schiri gott sei dank wenn ich's noch mal ein tor und der erste ja noch ist nichts verloren natürlich besseren spielanteil finde ich hat auch der wac glaube ich auch vom ballbesitz her aber waren halt drei richtige schnitzer dabei und der schwarze läuft schnell naja wird vielleicht doch nichts mit ball in der fifa karriere war nicht wenn er sich nicht einigt mit dem ver- äh wenn er gehalten habe ich heute gelesen ach so ok haben nicht gelesen hä? habe ihn noch nicht gelesen drum haben nicht gehört sie wollen ihm 80.000 zahlen und er meint er ist das 20 fache wert oder so irgendwie naja für das erste match naja für das erste match ich glaube ich habe eine schwäche von dem gohle gefunden hm 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 ja das ist das nachdreht nun so sehr wohl auch Konsequenzen haben kann nein nein Was ist da keiner da? Alter Jetzt haut der mir mal raus, Alter Weiß ja, warum ich den auswechseln hab Also war die Position Alter, na jetzt Zuerst er redet, dann bleibt er stehen Ah, oof Was mache ich nur? Was mache ich nur? So kann man sich den auch mitnehmen. Ja, ich brauche es nicht klären, ich brauche es echt nicht klären, das macht sich alles von alleine, wirklich. Überdrücke ich überhaupt irgendwelche Tasten. Ja, ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären. Ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären. Ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären. Ich brauche es nicht klären, ich brauche es nicht klären. Oh, da geht keiner hin. Na komm her, aber jetzt muss er raus, jetzt muss er raus, außer mit dem Masterpropp. Was ist das, Alter? Was? Alter, scheiße, du Wichser, du, Alter, wirklich? Das war, Alter. Alter? Nein, so was tauben. Alter, scheiß doch die Wand an, Alter. Wie überspiel ich da überhaupt noch, Alter? Werden 100.000 Mal gelegt, 100.000 Mal gefault, Alter. Von hinten, von vorne, von der Seite, Alter, nichts. Das ist eine Hartzentscheidung. Nicht damit gelb oder so, weißt? Gar nichts. Das ist Wahnsinn. Das hätte eigentlich rot sein müssen. Oh, du bist der Schlauste. Schön da wieder. Na okay, komm, Alter. Das hätte jetzt noch gefehlt, wenn er dann ausgeschlossen hätte. Okay. Oh, Alter, zieh ab! Schön. Ich hab mir gedacht, Alter, warum nimmt der den an? Okay, passt. Ein paar Minuten noch. Ja, 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 ja. Nein. Ja. Oh! Nein! Alter, jetzt kriege ich den Ball nicht mehr. Puh. Danke. Alter. Das dürfte es gewesen sein. Ja. Ja, etwas glücklich, aber doch jetzt noch gewonnen, sage ich mal. Ja, mit Hilfe oder Schiedsrichter sicher auch. Alter. Alter, Vater. Da kriegst du lange her. Ja, Lars, setz dich damit an, die Spitze der Bundesliga. Mal nach diesem Spieltag. Jetzt kommt aber noch ein Spiel danach. Was war jetzt? Okay. 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 Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, macht's gut und ciao. Ciao! Ciao! Oh...